Der Eing, der hat sein Zeug. Na, noch nicht ganz. Ich geh vielleicht jetzt mein Leben wieder hassen, weil ich wieder in die Mine geh. Ach, da liegt's doch rum. Zumindest die Tridents und hier oben mein Zeug. Nice. Hast du die Tridents bekommen? Nee, aber die stecken ja hier immer noch im Boden drin. Ach so. Und das Scheißvieh ist weg. Ernsthaft? Mann. Das erste Mal wieder alles sortieren, Schwert 1, 2, 3, das auf die 4. Aber CO2 auf Adacraft hatte eigentlich schon das Glück, einen Dreizack zu finden, nur dann kam ein Delfin an. Und hat mir den geklaut. Und ich hab dann den Delfin gesucht, der war dann weg. Ja, so hab ich mich dann auch gefühlt. Das war richtig assi. Ähm, ich brauch noch ein Thumbnail für die letzte Folge, dann nehme ich hier den schönen Berg. So. Ich weiß mal, wenn ich in die Höhle gehe, mein Höhlensystem, was ich letztens, was ich jetzt mal kurz mal gefunden hatte, steht immer an der exakt selben Stelle in dem Skelett. Und es ist immer ein Skelett mit, äh, enchanteter Lederrüstung und, äh, enchanteten Bogen. Äh, dann haust du doch endlich mal um, oder leuchtet aus. Ne, ne, ich will es nicht. Also, das hat mich schon einmal, also einmal hab ich es nicht frühzeitig genug gesehen, und, äh, beim ersten Mal hab ich es nicht frühzeitig genug gesehen. Und ich spring einfach von der erhöhten Stelle runter und gibt mir im Fall einen, äh, einen Pfeil mit und killt mich beinah. Ähm, du hast gesagt, du brauchst das Housset, oder? Hm. Ich hab hier grad ne Schlucht mit ganz viel dem anderen Zeig. Ich tauch hier mal runter. In der Hoffnung, ich find hier was. Guten Abend zusammen. Hallöchen. Ne. Ähm, die Fackeln muss ich noch in die Offend nehmen. Da antwortet mir ja, ne? Oh, ist ja ganz still. Was, wie, warum? Ja. Ich wusste doch, dass der Darkoon weg war. Ich war? Mh, nö. Ich find denn doof, dass ab morgen wieder Maskenpflicht in der Schuhe ist. In ganzen Klassenräumen. Bei der Unterrichtszeit. Ich hab's schon lange. Finde ich gut, ob wir ja es... Wir haben's erst nach der Herbstferien bekommen. Okay. Das war die 1.2. CO2 hier ist leider kein Soulcent in der Unterwasserschlucht gewesen. Aber CO2 führ dich mal aus. Warum findest du toll, dass das ist? Weil ich der Meinung bin, dass dadurch das Risiko deutlich verringert wird, dass es eine zweite Welle gibt. Die ist schon lange da. Ich meine damit auch, dass hier komplett Quarantäne ausgerufen wird, dass keiner auf das Haus so wirklich verlassen. Du, wir sind hier in Sachsen, in der Ecke, wo ich wohne, schon wieder Risikogebiet. Hier soll es angeblich schon wieder über 50 Tode gegeben haben. Tode? Ne, infizierte Person meint ihr? Ne, nein. 100.000 Einwohner. Verstorbene. Ich habe in den Nachrichten hier gesehen, auf Facebook. Wie weit seid ihr eigentlich jetzt mit dem Tunnel? Sehr weit. Also, wir sind sehr weit. Ja, ich bin gerade im Tunnel gerade gespawnt. Das ist ja, ähm, ist das überhaupt weiter als letztes Mal, wo ich da war? Ja. Genau, zwei Doppelkisten Glas. Ah, okay. Na komm, zwei Doppelkisten ist ein bisschen übertrieben. Wir haben eine Blockreihe weitergemacht. Nee. Du warst doch gar nicht da unten. Stimmt. Du weißt gar nicht, wie viel ich da weitergemacht habe. Aber die Erde hast du nicht abge... Ah. Da kommst du das eine Mal, er hätte, äh, drei Reihen oder so weitergemacht. Gefühlt, drei Reihen. Nein, war schon ein bisschen weiter, aber ist trotzdem kacke. Äh, das brauche ich nicht. Ähm, ich würde dann ein bisschen den Tunnel weiterbauen. Mach was. Ja, warte, ich kann dir gleich... Bleib einfach unten im Tunnel, wenn du sowieso drin bist. Ich schicke dir eine Lore mit Glas hinterher. Ja, sonst würde ich mir eine Mine-Carte... Ich habe noch eine Mine-Carte im Aventar, sonst fahre ich mir eine Mine-Carte kurz dahin. Nee, lass. Ich weiß nicht, ob das geladen ist, bis da, bis, von hier bis da. Das brauche ich doch nicht geladen sein. Doch. Wenn, 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 wenn die, wenn die in einen nicht geladenen Chunk fährt, dann, ähm, bleibt sie stehen. Hier ist einer, der verzauberte Dreizeit. Fick dich. Können wir uns kurz hinlegen, bitte? Also bisher hat in jedem Städten alles funktioniert, das, ja. Keine Sorge. Wir haben ein, äh, Plug-In, darauf, dass nur die Hälfte schlafen muss. Das sehe ich gerade. Seit wann das? Seit anderthalb Wochen. Genau. So, ich werde gleich wieder sterben. Mich greift gerade wieder so ein Dully mit verzaubertem Trident an. Ähm, aber ich war seit anderthalb Wochen nicht mehr online. Da war ich im Urlaub, in Sauerland. Ja, deswegen haben wir es jetzt auch seitdem drauf, seitdem du weg bist. Ja. Ich mag auch, ja. Wir haben es super drauf und trotzdem schafft es keiner, sich hinzulegen. Ja, warte, 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 warte. Ich bin im Tunnel. So. Jetzt habe ich hier meinen Spawnpunkt, falls ich sterben sollte. Schlau gemacht. Und Essen kannst du gleich mit hinterher schicken. Ach, scheiße, stimmt, Alter. Du wolltest ja was haben. Schlau gemacht. Dann habe ich meinen Spawnpunkt gleich hier, wenn ich sterben sollte. Alter, aber mit verzauberten Trident. Er leckt mich fett. Am besten noch Empalink und, äh, nee, er Channelink und dann, der wird tatsächlich, dass ich einen schönen Blitzen lief, äh, ins Gesicht. Wow. Also, Dustin, du kannst auf die Lieferung Jahrhunderte warten. Warum? Hier ist mein Haus in die Luft gejagt worden. Ach so, dann komme ich selber kurz dorthin. Das Witzige ist, das Ding ist verzaubert und macht nur ein Herz, oder ein halbes Herz Schaden. Dann hast du wahrscheinlich einfach loyalty oder so. Sollte ich hier jetzt nicht. Nervt mich. Scheiß Mops. Komm mit, komm mit. Ich will einfach nur an Land. Schön, dass ich nicht mal der Letzte bin. Also der Höchste Militon. Ja, da gab es so eine richtig schöne Folge. Eine? Da gab es ein paar mehr Folgen. Da sind zwei hier mit einem Trader und ich habe Looting 3 auf dem Schwert. Nimmt der eigentlich gerade... Ich schnee mal auf, ja. Wie bitte? Ich schnee mal auf, ja. Na gut. Ich baue mein Haus später zusammen. Jetzt bin die auch schon da. Jetzt brauchst du auch nicht mehr wiederkommen. Nein, ich will mich jetzt in die Afghan gefahren und bin essen. Ich schlock die jetzt zu meiner Insel und dann geht's los. Wenn du reingehst, ähm... Unterste Kiste, also Kiste unterm Ofen. Kannst du dir das Glas rausnehmen. Alles? Yep. Okay. Und? Muss man... Ey, furchtbar. Also, wenn ich jetzt hier angenommenen Trader bekomme, wer zahlt das Meister? Was willst du haben? 10.000... 10.000... 10.000 XP. Muss gerade mal so schauen. Es ist aber viel passiert. Muss ich mal so sagen. Mit dem ich nicht da war. Wer hat das mit dem Ender-Portal da, äh... Neta-Portal, sorry, äh, gebaut? Ich? Wer sonst? Hm. Na, hätte sich ja mal Darko bereit erklären können. Nee, Darko hat eine andere Aufgabe. Der hat noch nicht alle Farben in Schafe gemacht. Ah, oh. Äh, Spawner kann ich einfach so abbauen, richtig? Ja. Was ist die Glas? Äh, Fortune. Äh, brauchst du nicht. Ja, aber kann ich es auch mit Fortune abbauen? Ja, ja, natürlich. Also, mit der Fortune-Videx, weil ich gerade nur so eine mithabe. Natürlich. Ähm, was ist denn wegen, ähm, dem Glasboden? Der ist kaputt. Der ist kaputt gegangen. Er ist einfach kaputt gegangen. Weil ich kann die so abbauen mit Fortune. Kann es sein, dass ihr die dann wirklich nur mit, ähm, Segtouch abbauen könnt? Das wäre scheiße. Ich habe nämlich gerade einen Spawner-Spawner gefunden gehabt. Was für ein Spawner? Äh, normalen Zweiler-Spawner. Hm. Weil, das Plug-in heißt ja, ist Silky-Spawner. Ich bin mir da, da halt jetzt gerade ein bisschen unsicher. Der war so witzig eigentlich, um ein Haus, ein, ähm, Wald zu bauen. Hier. Ich. Ich mag dich auch, nur wenn man eine Woche nicht da ist, ist dein Haus im Wald auf einmal. Furchtbar. Ach, du Scheiße, leck mich, fett sind das viele. Ich mag euch auch. Ganz toll. Aber komm, äh, die... So was geht ja noch. Es ist ja nur Holz. Ja, ja. Dank Weinmeiner geht das ja easy weg. Ja, ich sag ja nichts. Äh, geht ja auch ganz schnell weg. Aber dann kommst du so nach einer Woche wieder auf den Server. Ja, dein Haus ist einfach überwuchert in der Zeit, die du weg warst. Du lässt dich mal besser drum fahren müssen. Oder einen Erdner anstellen müssen. Äh, ja. Hätte, hätte Fahrerkette. Was geht halt, der Mann? Da hin. Fuck, 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 fuck. Nächstes Mal stelle ich Ike als Gärtner ein. Was? Oh, der Nautilus-Schale. Mitnehmen. Ja, ich hab ja schon eine. So, jetzt kämpfe ich mich erstmal zu meinem Haus und, ähm, und hau mal kurz hier die Bäume alle wieder weg. Furchtbar. Das war grad knapp. Und Ike hat, war, war bestimmt, hat Ike auch mitgeholfen? Bei was? Beim Haus ein Panzer einbauen. Nee. Ich hatte andere Dinge im Kopf. Na, solange es nicht, zum Beispiel. Ich hab gebaut die ganze Zeit. Suche aktuell ist. Na, solange es nicht mein Haus ist. Nee, suche aktuell, äh, Soul Sand. Ach so. Für was, eigentlich? Für den, äh, Fahrstuhl von CO2. Ich will unbedingt Worteile weiter haben. Wann eröffnet eigentlich das Neta? Steht da eigentlich schon was fest? Heute auf jeden Fall. Aber wann, aber wann, das steht noch nicht fest. Hm, wahrscheinlich, wenn ich gehen muss. So, Bauchgefühl. Ey, so spät nicht. Okay, da geh ich nicht lang. Du weißt schon, dass ich um 20 Uhr gehen muss? Ja, gut. Gut. Ja, er wird um 20 Uhr 1 eröffnet. Das wäre dann wirklich assi. Ich geh so. Okay, um 20 Uhr 2. Na, vielleicht kriege ich auch meine Eltern über die Rede. Es ist 21 Uhr. Ach stimmt, es ist ja Sonntag. Oder morgen geht es ja wieder in die Schule für euch. Ja. Hier ist auch noch wieder ein Magda. Ja, der Kaisen reichte erstmal. Ich habe zwar kein Tiers gefunden. Alter, bist du dämlich? Aber, ähm, einen guten Vorteil hat's. Dann muss ich nicht nach Holz farmen gehen. Ich hätte, um mein Haus weiterzubauen zu müssen, zu können, hätte ich Holz farmen müssen. Lass mich in Ruhe, du Arsch. Also, das hat da schon ein... Jetzt wurde ich eigenermaßen zu gezwungen. Ich habe eine Mending-Angel. Geht's jetzt. Woher? Aus einer Kiste unter Wasser. Nice. Jetzt kümmere ich mich noch um den Trident-Affen hier. Eine Internetverbindung gerade ein bisschen schlecht oder, ähm, der Server hat gerade ein bisschen hinterher gehangen. Nö, also, der Server läuft flüssig gerade. Wollte ich gerade auch sagen, der läuft ziemlich flüssig. Weil die Blätter sind bei mir nicht verschwunden, obwohl der ganze Baum, äh, Stamm weg war. Das habe ich aber auch manchmal. Das ist nicht, äh, fühlt normal. Okay, ich habe gedacht, der Server hängt jetzt etwas. Huuu, schnell hier hoch! Hier liegt ein Gold-Inget. So. Komm, du stirbst jetzt, äh. So, ne, dann nicht. Trident ist leider nicht gesucht. Nein, 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 nein. Ah. Scheiß-Krieper. Schade, schade, Schokolade. Kein Trident. Aber eine Schatzkarte. Ich mag keine Creepers. So. Äh, Block-Chain ist übrigens mittlerweile wieder an. Ja. Hm, habe ich gerade gemerkt, der Creeper ist gerade hochgegangen von meiner Haustür. Musst mal anmachen wegen den Villagern. Damit die... Ich weiß, habe ich doch erzählt. Damit die irgendwann mal bumsen können. Habe ich doch erzählt, oder so. Aber da hat der Eik gesagt, nee, der hat das nichts mit zu tun. Meine ich in irgendeiner Folge? Oder zwischen einer Folge? Keine Ahnung, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Soll man leugnen? Ja. Nein. Leugnen ist ja nicht lügnen. Leugnen ist nur die Wahrheit vertuschen. Hehehe. Ich mag dich auch, Eik. Ich weiß, dass man mich mag. So, dann gehen wir mal gucken, was beim X vergraben ist. Hi. Oh, hier unten ist schon wieder was. Ich habe bald keinen Platz mehr. Ich kann schon irgendwie, ich weiß nicht warum, aber nächste Woche, wenn ich wieder eine Woche nicht da bin, aus irgendwelchen Gründen, sehe ich mein Haus auf einmal in Stein gemeißelt. Nee, ich werde national Holz nehmen. Das Einzige, was dann vielleicht passieren kann, ist, dass du ein schöneres Haus hast. Das soll jetzt heißen? Wenn ich Schlangeweile habe, baue ich dein Haus um. Warum? Ganz ehrlich, ich stehe kurz davor, Darko sein Haus schon umzubauen. Diesen hässlichen Steinklotz. Also, ich wollte gerade fragen, zum Guten und zum Schlechten. Ja, bei mir wird es immer gut aussehen dann. Oh. Also, dann, Eik, ich bin nächste Woche nicht da. Ja, es wird sich einen Tag finden, wo ich das dann mache. So, Tür hier hin. Nee, muss man. Ich finde, dass Maskenpflicht wieder in der Schule ist, das finde ich etwas scheiße. Ich weiß zwar jetzt nicht, wann die Folge genau rauskommt, wegen der Maskenpflicht. Aber ich kann dazu nur eins sagen. Wenn das bei meinen Kindern der Fall ist in der Schule, gehen die nicht in die Schule. Die lasse ich dann zu Hause. Da hole ich mir beim Arzt einen Krankenschein. Weil das ist, äh, menschenunwürdig. Kinder in der vierten, fünften, dritten, zweiten, ersten Klasse. Ab der fünften Klasse, ab der fünften Klasse. Ja, mein Großer ist in der fünften und dem tue ich das nicht an. Ja, ich bin jetzt in der zehnten. Heißt, das ist, äh, bei mir, äh, muss ich dann den ganzen Schul... Ey, ist jetzt nicht so. Ich fahre eine Stunde dreißig hin zur Schule, eine Stunde dreißig wieder zurück. Montag habe ich von 8.30 Uhr bis 15 Uhr Schule. Jetzt überlegt, jetzt kann man ausrechnen. Wir haben montags auch noch eine 50-Minuten-Pause, eine 20-Minuten-Pause und eine 10-Minuten-Pause. Jetzt kann man ausrechnen, wie lange ich den Mundschutz am Tag trage. Montags. Ui. Und das gleiche, von dieser bis Freitags bis 13.45 Uhr Schule. Eine 20-Minuten-Pause oder eine 10-Minuten-Pause. Wie lange trage ich da meinen Mundschutz? Genau. Wer rechnet es aus? Ich nicht. Habt es zugehört. Hallo, die Schatzkarte war geil. Ich hab Gold, ich hab Eisen, ich hab 14 Emeralds, ein Deer und mein drittes Heart of a Sea. Ich kann gerade nicht... Ich hab auch gerade kein Bett dabei, das steht noch an der Insel. Ich komm gerade wieder nach Hause. Also, halb auf den Weg, ich gucke halt gerade noch ein bisschen nach, ein bisschen Eisen, vielleicht noch mal ein bisschen Gold oder... Nein. Aus. Voll. Ne, es ist was, was ich... Vom Babyzombie erschlagen. Ja, das ist... Also, die Babyzombies sind die schlimmsten, die du hier finden kannst. Ganz ehrlich. Ich bin bald nicht mehr Platz 1. Da hab selbst ich Respekt vor. Könnte mir jetzt jemand helfen? Ich suche gerade den Ausgang aus dieser Höhle. Ich bin gerade unter Wasser. Aber Justin, leg dich hin. Kann ich nicht. Vor meiner Ausführung ist eine Mob-Party. Hm. Dann musst du dich erst mal irgendwo verstecken. Am besten bei Darko im Haus. Nee, dann müsste ich erst mal aus mein Haus rauskommen. Hat irgendjemand meinen Zugang zugebaut, also meinen Höhlenzugang zugebaut? Weil ich bin jetzt anders in die Höhle gekommen und ich finde den Ausgang hier nicht mehr. Nein, zugebaut ist nichts. Ach, doch da. Wenn, dann ist maximal Glas davor. Ich hab nur jetzt Respekt, wenn meine Sachen nichts machen, bin ich sehr sauer. Ja, ich... Kriegst du sie von uns wieder. Ich hab so viele Diamanten, ich kann dir... Ja, ich bin doch in die richtige Richtung. Ich komme. Ich muss nur kurz mal bei mir ins Haus einmal reinspringen, um zu schlafen. Ich hab so viele Diamanten, also ich kann dir alles neu geben. Oh, das ist super. Willst du dir aus dem Kopf, welche die OP-Goldöpfel waren von der Schriftfarbe her? Die blauen oder die, äh, pinken? Die pinken. Ach, schade. Dann hab ich drei, äh, normale Goldöpfel mittlerweile. Die sind aber auch nicht schlecht. Wir haben zwei in einer Kiste, bei dem ich Spawner gefunden habe. Shidaku, hab ich, ähm, auch schon gesagt. Sollte ich noch ein Plug-in draufschmeißen, womit man sich von den Leveln her extra Herzen kaufen kann? Ich weiß allerdings nicht, ob die Herzen, wenn man stirbt, weg sind. Ja, ich muss grad ein bisschen, äh, kurz... Könnte man machen, ja. Also, mir egal. Könnte jetzt mir einer von meiner Autos da helfen? Ach du Scheiße! Was ist denn bei Justin los? Hm... Schlafen, Leute. Ich bin auf dem Weg. Oder so. Aber das bei Justin ist ja echt krass gewesen. Der hat so paar, also irgendjemand so paar Bäume hingepflanzt. Und ich geh von aus, dass ich da so viele Monster tun möchte. Und der Aion, der Kind heißt nicht CO2. Doch, ich hab das hingepflanzt, die... Das war Eronie! Eronie oder Ironie? Äh, Eronie. Eronie, okay. Nein. Äh, Mann. Ich weiß nicht, das stimmt, da war ja was. Ich dachte, ich hab jetzt mal ein Schatzhaus übergebracht. Vom Babyzombie, der eine DIA-Rüstung oder ein DIA-Schwert in der Hand hat wahrscheinlich, oder? Nee. Äh, doch! Hm, hat meine Rüstung an und mein Schwert in der Hand. Äh, äh, Vorsicht, hier sind auch Creeper. What the fuck is talking about? Achso, übrigens, Justin, ähm... Dingswurms ist an, wie du es vielleicht mitbekommen hast. Ja, 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 das hab ich... Mein Haus wurde auch schon gerade halb in der Luft. Komm runter, Justin. Da ist doch noch eine Spinne. Oh, die Spinne ist doch geschissen. Ich hab keine Rüstung an. Das war dein Zeug. Ich hab ein bisschen Dirt. Das war mein armes Zeug. Dann kommt... Warte, die können ja Türen einbrechen. Oh, 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 oh. Dann komm mal mit zu mir, Justin. Kann ich da auch mit holen? Natürlich. Ja. Stimmt, ja, ich war hier schon mal rum. Äh, bunterste Kiste, nimm dir Dias raus und baue dir dein Zeug nach. Ey, warte, dann kann er noch wiederbekommen. Nee, da ist ein Creeper explodiert. Mein Spitzhacker und Dings ist auf alle Fälle weg. Also ich hab die Axt, deine Axt hab ich. Meine Axt hast du? Ja, und die Spitzhacker gleich auch. Ja, da fehlt aber die Dias, schau. Die erste Dias, Spitzhacker. Ja, dann warte ich noch mal kurz. Also abgesehen vom Sichtbaren, hab ich nix verpasst, oder? Nein. Oh, fuck, der Eier. Oh, scheiße. Was? Könnt ihr euch bitte nicht verwandeln? Hoch mit euch. Nicht ertrinken. Ach, ich wollte bohren. Graviel. Wo ist, wo bist du überhaupt? Ich hab ne Dias, Spitzhacker. Ja, wo bist du? Unser Verzauberer. Tisch, bekämpft grad die Viecher im Wasser, weil da können die nicht so schnell sich bewegen. Rockstar, dance until I drop. My life is so hard in my home is the club. My stage is the dance, your body never... Aber das ist gut. Ich mach mich immer wieder. Ich darf und komm auf dich ausziehen. Se lock lane, das heißt.